Shiny Hype, Shiny Hype Meine Mutter fährt über einen Karat, das stimmt sogar fast oder hätte mal fast gestimmt Meine Mutter hatte mal ein LKW-Transportunternehmen war halt die Chefin von den ganzen LKW-Fahrern hier in der Stadt Hmm Aber ist er... Shiny! Yes! Ist er jetzt nicht mehr! So! Scheiße, warum hab ich jetzt auf den Tisch geholt? Jetzt tut mir die Hand weh! Oh Mann! Sunny hat mal wieder den Tag gerettet und mir Glück gebracht Okay 441 Tastfluch wirkt Ist mir egal, tschüss So Wie immer bei meinen Massen begegnen ist der Shiny ganz rechts oder das Zweite von rechts Äh... Ja Oh, das ist ja ein geiles Geräusch Kreideschrei Komm, mach Eier Du willst fangen? So, Sturmy ist auch da Läuft Hallo YouTube So Ähm... Das untere Darf... Hä? Geht das nicht? Achso, wahrscheinlich darf ich die Attacke nicht mehr benutzen Scheiße Äh... Weil die mich verflucht haben, ne? Ja, ja Ich dachte jetzt schon Der S ist schon wieder kaputt Ich hätte schon wieder geholt So, HiPokeStyler Meine Mutter hat das Shiny gebracht Stimmt, wir hatten es gerade von meiner Mutter Und in dem Moment Kommt ein Shiny Läuft Mit Ansage wurde es Shiny Ja So, das hier Darf man noch killen Attacke Gardevoir Ich bin an Wer Bock hat Kann mir gerne Fangkraft schicken Wird nicht notwendig sein Aber warum nicht? So, Kroll Oh, Kroll Klingt echt cool, Leute So, hallo Beast Herzlichen Glückwunsch Noch mal zu deinem Sieg Gestern Hast du toll gemacht Der hat nämlich das Mono-Gen-Turnier gewonnen Gestern Ha, vorhin Erstmal auf den Tisch gauen What the fuck Okay, ähm Hypnose Nö iiiiis Wer wehrt die Attacke ab Lass danach kämpfen Nö, danach suchen wir das nächste Beziehungsweise Wer mir noch was geben wollte Fürs Gift-Away Darf das dann gerne machen Hallo Was ist denn jetzt? Nein Wohh 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 ich hätte es fast jetzt angegriffen hat ich gerade eine angst im körper piepster 2.0 so wartet mal ich hab grad zu viel schiss ich bin auf notgewalt gekommen was zur helle los überball geh einfach so rein gut wo war das knapp ach du scheiße gut ich hoffe ihr hattet euren spaß daumen hoch dafür wer nett und kommis auf youtube